Tega Reeps mit dem Trümmerbruch Oh John out down STONER STONER Sieh aus dem Fenster Oh Gott Dieses Dreckspiel Wärme observe Zeit die 1.511 giftet 1.511 giftet 1.994 MikiTV, Tipps gegen Liebeskummer Schlecker der andere weg Wird gesniped Oh, Digga Nein Ich wurde gesniped Christlich-Orthodoxer Kirchenverein, guten Tag Hat jemand, hat jemand mal ne Moment, hat jemand hier mal kurz ne Luftmaschine Bringt dem Herrn mal ne Luftmaschine jetzt hier ran Der fällt hier gleich um Ich wusste ja nicht, dass Max Raucher ist Das wird auch spannend So, haben wir einmal ein Sauerstoffzelt für Max Emilian Und das war's mit dem Licht Oh, die Shit, da bin ich erschrocken Ich geh einfach und das will ich bleiben Rein in die Unsterblichkeit Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein langes Wochenende mit mir Montag ist ja Feiertag Freitag Feierfrei Der bin ich lost mit der Lupe Auf jeden Ja Im beiden Fall ist es kompletter Trümmerbruch für Buch oder Lelale Was ist das denn? Der Geflügel ist Lissi ein Teil eines Ganzen Drei weitere Teile ver- 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 Wir haben uns besiegt, aber wir werden uns besiegt, dass alle MP-Spieler sind. Ich brauche Platten. Dann wünsche ich dir schöne Pfingsten, schönen Sonntag noch. Ja, ja. Flieg, Dodo. So, ich glaub, das war's dann auch wieder mit Zap Talk, oder? Ich brauche Platten. Du brauchst null. Ding. Hahahaha. Ich raste. Da hast du Platten. Hier liegen noch, hier liegen noch. Oh! Oh! Was ist denn passiert? Nein! Oh, no! Das war der Trümmerbruch. Es wird auch zu wenig trainiert, Schatz, es wird zu wenig trainiert. Dass du so Vierer spielst, aber so zu zweit unterwegs bist, weißt du? Ich spiel das irgendwie für so... Das ist... Mach dir keinen Kopfball. Das ist bestimmt für euch auch schwer, oder nicht, oder? Ja, wir spiel das halt jeden Tag, deswegen... Ich spiel das nicht jeden Tag. Ich spiel das nicht jeden Tag. Weil sonst spielt halt die... Wie nennst du die Lobbys immer? Ich spiel das noch mal. Du gehst das jetzt an und reiteste Kamin zuviert. Ehe... 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 Er hat nen Stern! Nee, nee. Toller, muss man schon sagen, ist schon brutal. Danke dir, Bro. Hatte Hunger, Bruder? Ich hab auch eben Croc gegessen. Was ist dein Handwerk? Ich bin, ich bin, ich bin Töpfer, Herr. Und du? Ich bin, ich bin Bildhauer. Und, und was ist dein, Herr? Was ist dein Handwerk? Ich bin, ich bin Schmied. Was ist euer Handwerk? Au! 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 Dobby Socken. Dobby. Dobby hat ne Socke. Dobby Socken. Dobby. Dobby und... Dobby hat ne Socke. Dobby. Dobby. Dobby... Danke! Dobby frei! Dobby. Dobby. Dobby hat sich zur Strafe die Hände gebügelt, Sir. Dobby. Dobby ist ein freier Elf. Und jetzt zeig ich euch, wie breit meine Zunge ist. Schlob! 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 Oh, hoff vor dir! Oh Gott. Noch 25 waren übrig. Diese Runde ging an den Feind. Aber wir kommen wieder, um es zu Ende zu bringen. Oh, hoff. Oh, hoff. Oh, hoff. Jungs, ich wünsche dir noch viel Spaß. Schlob! Schlob! Pia! 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 W 유튜�ge ощущern blogeraume auf diesem Ausdbuds, de projection dinner und eine Art Klinik. Vielen Dank.